Hallo zusammen, Eizocke hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt, schaut in die Kommentare, da findet ihr wieder einen Link zu meinem Twitch-Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest reinfleichen, um zu nehmen bei Initiantin Radia auf den Ebenen von Onava, an dieser Position. Vorquest war den Donner rauben. Nehme ich hier die Quest gleich mal an. Und dann zeige ich euch, wo ihr hin müsst. Ich werde da hinfliegen. Solltet ihr auch machen, geht am schnellsten. Hier Tempo dazu gewinnen. Nochmal in die Lüfte. So. Und hier müssen wir hin. Ihr seht, Radia hat ein graues Fragezeichen. Das ändert sich, wenn man sie anquatscht, also Rechtsklick. Dann ist die Quest vorbei zur Abgabe. Quest ist abzugeben bei Initiantin Radia. Auf den Ebenen von Onava, an dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnier-Knopf ein. Und nicht vergessen in den Kommentaren, Link zu meinem Twitch-Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao. 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 .